Viele sind ja schon gespannt auf die Ziehung unseres Gewinnspiels und ich war ja jetzt leider eine Woche außer Gefecht gesetzt, bin jetzt aber hier da und jetzt geht's los, jetzt wird's spannend. Es haben, ich glaube, über 250 Leute teilgenommen, vielen Dank dafür nochmal und die haben wir jetzt hier auf den super kleinen Zettel mit Mikroschrift platziert und werden jetzt den glücklichen Gewinner ziehen. So, also ab in den heiligen Gral, alle drin, mission, 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 mission impossible und der glückliche Gewinner ist Simon Gräb. Simon Gräb, ja dann herzlichen Glückwunsch Simon, melde dich bei uns, wir werden dich vielleicht auch nochmal kontaktieren und da ja ein Gewinner langweilig ist, werden wir jetzt noch einen zweiten und einen dritten Gewinner ziehen. Die natürlich keine Abstimmung kriegen, aber noch ein kleines Präsentpaket von uns. Ich möchte auch mal einen ziehen. Ich ziehe auch gleich einen, ja. Das ist der Patrick Schillmöller. Okay, kenne ich alle gar nicht. So, und der dritte ist der Stefan Hermanns. Ja, herzlichen Glückwunsch euch dreien und wie gesagt, der Simon, den werden wir denke ich mal in einem Video noch sehen, wenn wir die Abstimmung bei ihm machen. Und werden darüber natürlich berichten. Das war's, kurz und knackig. Ihr seid ja bestimmt alle gespannt gewesen. Für alle die, die nicht gewonnen haben. Ja, ihr wisst ja, wo es die Abstimmung gibt. Leider dann gegen Bares. Ja, also bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.